Ich weiß nicht, wie man sieht, dass man wieder das Bewegungsgeld ergattert. Einmal habe ich schon gehabt auf 10 Cent, da habe ich 14 Euro gehabt. Jetzt ein bisschen mehr. Und schon halb Bewegungsgeld. Da habe ich schon 10 Cent weiter. Dann hoffen wir mal, dass er ein bisschen verlängert hat. Oh, voll weg, voll! Oh, voll weg, voll! Das war wichtig, es passiert nur 2x oder 3x. Auf gehts. Nicht schwecken. Warte mal. Habe mir mal direkt gedacht. Und nämlich vorher eine Vollgas-Synthase-Küppel. Oh! Fast! So zum Schlimmsten. Da hat man nichts zu machen. Da hat man es in die Erde. Löffel selber. Mir reicht der Tisch schon wieder. Auf gehts. Schön. Schön. Schöner Lauf. Schöner. Schöner Gewinn. Schöner Gewinn. Du bist ja schon wieder. Ich will es nicht mehr. Ich will es nicht mehr machen. Schön. Ich habe zwar schon auf dem Aufnahmeknopf gedrückt. Aber er hat es leider nicht angenommen. Jetzt hat er verlängert halt. Wieder nicht. Da jetzt reingehört. Es waren 20 AG gewesen. 20 AG. Zählt 3 Spiele. Zwei Skätter schon gehabt. Und nichts zahlen. Das ist wichtig. Jetzt hat er voll. Oh! Schade. Auf gehts. Mach voll. Ja, Gott sei Dank. Habt ihr es gesehen? Das war Conan. Yeah. Nur so und nicht Andreas. Oh, jetzt wird er schlecht mit Zahlen, weil er verlängert hat. Ich will 5, mach voll. 1 x 4. 2 x 4. Wird sich der Gefühle. Auf geht's. Immerhin. Tumos, ich aber jetzt fast alles rauslassen. Es ist so gut, wie es heute läuft. Könnte mal ein bisschen was gehen. Hoffen wir es. Es geht nicht darum, es geht darum, dass keine drei Personen automatisch stehen, weil ich sonst nicht mehr hinsicht. Oh, du wärst gewesen, ja? Oh, aber leider kommt Scheiderei. Das ist gut. Und? Und? Auf gehts. Bucht man gleich weiter. Bucht man gleich weiter. Yeah. Schön, oder? Schauen wir noch, wie irgendwo schön es kommt. No, ich habe es. Auf gehts. Auf gehts. Sehr große Skino. 2 x 2. Super.